3, 2, 1, so, Moin, Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute in FIFA drin, wie ihr schwer erkennen könnt im Titel oder im Thumbnail. Ja, ich war im Streamen wieder, also checkt gerne meinen Streamen aus, auf Twitch, da heiße ich so wie auf YouTube, xm-06x, könnt ihr gerne abchecken, kurz geht raus. Ja, eigentlich hatte ich nicht vor, in FIFA reinzugehen, aber ich hatte eh nichts zu tun, also hatte keinen Plan, was ich machen soll. Dann dachte ich, komm, wir gehen mal in FIFA rein und ich habe richtig geile Runden, also zwei richtig krass Runden, wo ich kurz E-Sportler wurde. Da habe ich so gute Bälle gespielt, da wusste ich selber nicht, was los ist. Da war auch wahrscheinlich ein bisschen Glück dabei, aber gut, am Ende zählt es, ob man gewonnen hat oder nicht. Ja, aber ich würde sagen, ich hoffe, es gefällt euch, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. Abfahrt. Die Kommentatoren Wolfus und Frank Buschmann freuen sich, dass sie zu Hause mit dabei sind. Ach du Scheiße, Ronaldinho. Das dürfte es nicht. Henri? Die Gastgeber sind in Topform, haben zuletzt tolle Division Rivals-Spiele hingelegt und gut möglich, dass das heute so weitergeht. Rede. Wow, der macht recht Druck, Alter, zöre mal ein bisschen mehr. Nein, wenn der durch wäre, dann wäre er durch. Und im Sturm sehen wir zu Beginn dieser Partie bei Ihnen heute nur einen Stürmer. Ey, was für krass das da ist, das ist wie ein Adel. Nun, 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 nun. Okay, dann gehe ich auch rein. Schere. Schere. Schere, weil wir sind zu aggressiv, sorry. So. Ma, Palma. Oh, oh. Oh. Sehr gut. Gut gehalten. Das frühe Pressing jetzt. Shevchenko. Ist hier immer noch aber. Sie können es machen. Drehen, da ist das Tor. Yeah. Yeah. Auf geht's, Hamburg. Sieht alle ziemlich gut aus aktuell. Da ist der Schuss. Den Ball abgewährt und festgehalten. Klasse gemacht. Da geht der Ball zum Gegner. Nee, bitte nicht. Unser. Ball bleibt hängen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Und Sprinter. Du bist schnell. Nein. Hat er gut gemacht mit dem Torwart. Sprinter. Sprinter. Wenn er drin wäre, ne? Am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Sehr guter Pass. Sehr gut. Sehr schön. Super dieses Zuspiel. Den spielt denn in Lauf. Und da war jetzt Platz. Ohne... Yeah. 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 Auf geht's, Hamburg. Bing bong. Würde jetzt Montana Black sein. Bing bong. Der Eiermann ist da. Drei Tore durch die Führung für die Saints. Es ist ganz einfach ein überzeugender Auftritt. Ronaldinho. Mhm. Okay. Ronaldinho. Guter Pass. Der war... Der! Was spiele ich hier für Pässe? Wow. Oh. Oh, nee. Ruhig. Den Ball kann er abfangen. Wird das jetzt gefährlich? Chance für den Kunku. Ecke? Ah. Aktion. Nicht mal Ecke, ey. Vinicius Junior. Hab ich. Ruhig. Ruhig. Boah. Gut verteidigt. Muss ich sagen, gut verteidigt. Alter, ehrlich. Ronaldinho. Hä? Warum ist der Kamentator-Tor? Warum ist der so ausgerastet? Ronaldinho hat einfach nichts gemacht. Kann klären. Ich kann klären. Chance für den Kunku. Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun voll. Yeah. Ich kann einfach nicht mit der Kuchen. Weil, wunscherhör. Ich kann ja. Ich kann ja. Aber jetzt. Ich kann ja. Ich kann ja. Ich kann ja. Wenn du like. Entschieden. Alter, tsched. Das schmeckt so gut, aber so geil. Das schmeckt so lecker mir. Lecker mir. Schmeckt das gut. Das schmeckt doch aber super. Wie gut habe ich dabei gespielt? Wie gut habe ich die Pässe? Die Pässe? Und mal Props an sich selber geben, so nämlich. Okay, gucken wir uns das Team an. Herzlich willkommen, mein Bruder. Was hat mit deinem Team? Der. Ich will einmal das Team sehen und dann... Also das Spiel kann zu vergessen. Voll verbackt die Kacke. Ein Highlight. Sehr gut. Na, nee. Na, warte mal. Ach. War aber eine gute Idee eigentlich. Wir spielen in 4, 2, 1, 3. Eine sehr moderne Taktik. Immer wieder auch sehr erfolgreich. Das ist so eine Takt. Kurz eingehakt. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. Gehalten. Okay, Pause. Habe ich Pause gedrückt? Ich bin nicht da eingewechselt. Alaba. Nein. Weg. 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 Wazum, wazum, wazum. Rainer? Ach. Knapp. Ja, gute Grätsche. Und jetzt Konter. Und jetzt Konter. Und jetzt Kontern. Und jetzt Konter. Yeah. Yeah. Auf geht's, Hamburg. Yeah. Weiter geht's, weiter geht's. Unser. Ach. Boah, super. Boah, ja. Habe ich schlecht gemacht, glaube ich. Hätte ich passen müssen. Sehr schön. Und jetzt Konter. Boah, ja. Tolles Zuspiel. Wahnsinn. Yeah. Yeah. Auf geht's, Hamburg. Yeah. Weiter geht's. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Weiter geht's. Ich kann nicht so lange jubeln, weil das Spiel geht immer weiter. Oh, oh. Sehr gut verteidigt. Da geht's. Jetzt gibt der Freistoß. Ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab's Fußball. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Super. Ja, der Ball sehr gut. aus er ist passiert und er verschenkt aber der ist warum ist ein Torwart auf die er auf den Mitspieler gesprintet auch gut gehalten meiner meiner ach du Scheiße ach du Scheiße ach du Kacke nein yes yes und Konter 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 ich konnte so gut Kontern dieses Spiel wow und Konter und Konter und Konter oh ne doch ja Ecke kann ich nicht einfach kurz ganz sicher Scheiße jetzt keine Konter jetzt vielleicht der Konter na yes oh oh shit Konter Konter mit vielen Übersicht Achtung jetzt oh mein Gott das habe ich vergeben Scheiße das war das war scheiße ja unser kämpfen sehr gut und Konter und Konter na gut Konter ist zu Ende oh der boah der macht Druck Ball ist bei Walker Palma Ball erneut bei Walker Geoffrey Kondoglia mit dem Ball die Chance hier pfff die Chance hier das war mit dem Ball Ah, geiles Spiel. Wie viele Konter-Tore ich geschossen habe, Alter. Der hatte gar keinen Bock. Also der hatte wirklich gar keinen Bock.